So, ein herzliches Willkommen! Nein, das war der falsche Bildschirm. Das da, genau. Äh, weiter. Ah, also manche Sachen hier wären tatsächlich schon. Gut, ich möchte mal sagen, wir machen erstmal das Dach. Und während wir das Dach machen, ist dann hoffentlich von dem grünen Zeug hier alles, äh, weg. Ah, hier ist auch schon, ah, hier, guck mal, hier ist schon alles weg, komplett. Ah, scheiße. Ach, kacke. Ah, ist natürlich hier blöd jetzt. Müssen wir also auch auf jeden Fall sauber halten hier, damit genau sowas nicht passiert. So. Das hier wird schneller grün, als das braun wird. Ist das kacke. Ah, egal. Wir kümmern uns erstmal um das Dach. Ähm, weil bei dem Dach habe ich offen gesagt noch keine Idee, wie wir das machen. Da bin ich echt ein bisschen überfragt. Was nehmen wir da? Ah, 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 ah. Das rote Holz wäre halt von der Farbe an sich schon nicht schlecht, aber ich glaube, das passt nicht. von der Optik her, denn zu dem anderen Holz. Das irgt dann zu sehr wie... Scheiße. Ja. Oder wir nehmen da doch einfach das normale Holz. Ich glaube, ja, das machen wir. Äh, danke, danke. So, dann brauchen wir auch ein Replacement-Tool, damit wir das Dach ordentlich bauen können. Das macht bei Dach einfach Sinn. Äh, du bist okay. Okay. So. Ein bisschen Holz vor der Hütte. Ach, scheiße. Passt nicht. Kacke. Ähm, nein. Wir brauchen... Hier haben wir erstmal nur die normalen Holztrippen, ne? Ja, genau. Mehr gibt es hier in Vanilla nicht. Ist aber kein Problem. Achso, ich hatte Erde. So. Wir müssen erstmal irgendwie aufs Dach raufkommen. Ich schütte aber hier ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen Erdaufschütten hier so. Ah. Voila. Guck mal, wie es hier einfach mittlerweile wieder alles grün ist, obwohl das hier immer noch... Ah, ist doch scheiße. Oh! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 So, machen wir es halt manuell. Dauert mir einfach ein bisschen zu lange. Oops! So. Ist das, was ich mache, mache ich überhaupt richtig? Eigentlich doch, alles gut. Alles richtig. Alles korrekt. So. 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 Jetzt sollte sich hier nichts mehr grün färben können. Und folgendlich, folglich dessen, sollte sich das hier ausbreiten. Ich hoffe, es breitet sich überhaupt aus. Wisst ihr was? Wir machen mal... Das klingt gerade geil. So. Wir machen mal hier... Für den Fall, dass sich das andere nicht ausbreitet, nehmen wir halt doch dieses Dschungelgras. Äh... Das hier. Das breitet sich dann wenigstens aus. Ich hatte zwar eigentlich gekauft, dass wir das hier nehmen können, aber... Haben wir das nicht so ein bisschen als Übergang zwischen dem und dem Dschungelgras? Wehe, du breitest dich nicht aus. Oder wir machen hier einfach alles manuell. Dass wir da ganze Bäume abholzen und dann hier manuell einfach das Gras, äh... die Blöcke machen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir lassen dem noch ein bisschen Zeit zum wachsen und, äh... Falls nicht, dann machen wir es halt komplett manuell. Das ist eine gute Idee. Ah! Ah! Jawoll, ja! Geil! Finde ich krass korrekt. Krass korrekt. Ja. Finde ich korrekt. So. Okay. Das heißt, wir... Oh. Äh... Ne. Ich esse die Kölne mal noch nicht. Da warten wir noch ein bisschen. So. Oh. 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 nein! Zwei! Dies. Drei! Vier! Perfekt! Haben wir eine Hetically dabei? Guck mir vor, wie ein Chemiker, alter Reis! Reis. Achso, apropos Reis, wir könnten mal hier das ganze Grasgedingsgedöns anbauen. Machen wir mal hier so. Ups. Ups. Wo bin ich hier? So. Das hat schon mal funktioniert. Was ist denn hier los? Willst du mich veräppeln, oder was? Weg. Danke. Schwanz. Was? Ja, der Trick funktioniert leider nur auf Zerbern richtig gut, die auch relativ zeitnah reagieren. Ich glaube, der Westway Pie ist dafür einfach zu langsam. Schauen wir mal mit der Sichtweite ein bisschen runter. Vielleicht kann ich den Pie damit ein bisschen entlasten. Ah, sehr gut. Ja, das ist doch so. besser. Nice. So, jetzt haben wir hier ganz viel Weed. So, oh! Thank you. Da und da. Perfekt. So. Gut, wir werden jetzt endlich mal um das Dach kümmern. Weg, 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 weg. So, wir brauchen Holz. Aber nicht das holz sondern das holz wir brauchen wie placement tool und wir brauchen eigentlich gar nichts weiter oder eigentlich so gar nicht nur ein bisschen verpflegung und rückheule direkt bei essen perfekt jedoch gut aus das schreit doch förmlich nach einem erfolgreichen tag so wir werden viel mehr holz brauchen hier ist alles braun nach wie vor sehr schön das heißt mein plan geht auf kann sich das hier in ruhe verbreiten das problem ist nur wenn wir das da haben ich hätte halt gerne noch im übergang dass man hier so ein bisschen vielleicht machen wir hier tropen gras sind ich glaube das ist eine voll geile idee was aber mit sich weiter wieder hochstellen hier ist ja so auch nicht habe ich hier abgebaut danke lalalalalala so viele äpfel überall die kann erstmal da rein da brauchen wir sowieso erstmal eine neue hole ach so haben wir ja noch eine ach komm dann baue ich das zeug doch gleich mal an ja her damit her damit her damit her damit kann er nicht schaden so wie viel haben wir 1 2 5 7 8 1 2 3 4 5 6 8 so ungefähr keine ahnung so dann kommt mal do und do und do aber wieder zu wenig scheiße egal so ich würde gerne warten bis das ding hier auch noch die farbe hat ich glaube ich habe noch ein bisschen zeit so dach wir kommen lass mal dass wir machen hallo ich würde machen mit ein bisschen überhang das heißt du kommst darauf und dann wirst du einfach probiert bist du rekopiert dann auch selbst nein das ist nicht geil so dich brauchen wir denn hier auch noch mal ach so was mir auffällt einfällt wir brauchen ja hier auch noch so eine pyramide brauchen wir ja auf der seite auch noch ach das ist ja buldeschichte nein du bist doch behindert du bist doch bekloppt bist du doch du bist doch krank das so la 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 das da äh nein das da machen wir mal so hier ach scheiß jemand an ich kann doch einfach mit dem replacement tool machen hier so ach so das ist doch wirklich einfacher aber das war nicht perfekt jetzt das weiß ich aber auch nicht ach so hier fehlt übrigens noch holz egal ich schon mein holz ach das ist perfekt absolut perfekt jetzt haben wir noch ein bisschen bambus holz äh bisschen hier holz wir können auch gleich mal die türen bauen wir brauchen ja noch türen wir brauchen so viel so zwei brauchen wir auf jeden fall noch das heißt wir machen mal das hier dann machen wir mal wie viele türen kriegen wir da raus eine are you fucking kidding me dann machen wir mal ein zwei reichen zwei weitere türen ich würde fast sagen ja so dann machen wir ach Gott ach Gott so dann haben wir nämlich eine eine Eingangstür sie sieht so geil aus doch ja doch kann man sie machen da war nämlich eine Eingangstür der Raum hier hat eine Tür und unsere kleine ja keine Ahnung mach ich wahrscheinlich eine Toilette rein oder irgendwie sowas äh das passt dann auch so und da kommt ihr nämlich das weg nochmal drüber das ist ja schon perfekt so ein kleines bisschen so ja was auch immer man da macht so der Raum ist halt offen und hier ist halt sowieso offen easy ich hätte halt doch schon gerne dass diese zwar nach in öffnet nein die so ist kacke ne so ist bullshit das ist ja das ist ja dumm ach ich hätte gerne das halt nach in öffnet aber halt nicht an der Kante ist sondern hier auf dem Block noch ist weil so wirkt die halt hier wie aufgesetzt ne ne egal was weiß man so besser geht's mit Vanilla nicht ist halt so 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 kopieren und dann einfügen 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 let's go da kommt noch das ist ja dein Ernst hier ich hau dich oder der Baum ist auch im weg passt doch scheiß komm ich hier nicht mehr rauf kacke so der kann erstmal der bleibt erstmal extra der bleibt erstmal damit wir darüber aufs Dach rauf können was was ist grad passiert ähm hallo ja hallo 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 so ach komm ach komm ach komm ach komm ach so ich hab keine Dinger mehr ich hab kein Holz mehr ha das ist natürlich äh Träumchen nein was mach ich denn da schon wieder einmal mit Profis arbeiten hier ein einziges gottverdammtes mal mit Profis arbeiten da wirst du doch beklopft wirst du doch ach Schwanz ach so jetzt können wir hier äh halt na boah was mach ich denn hier ah danke so weg damit sieht das gut aus eigentlich also nein willst du was dann wird doch was du willst entweder wird es grün dann passt es hierzu weil die Tür da vorne ist oder es wird dröse ist doch egal ist mir sowas scheißegal mach was du willst bitch please lass mich ruf äh du bist falsch ja was trinken hier ja was trinken hier so äh hier geht's weiter achso weil hier so große Lücke war ja deswegen äh an die habe ich natürlich nicht gedacht an die große Lücke von Lukistan so so we are America äh so so und so nice Stück Eisen äh mach doch mal deinen Job hier mach doch mal deinen Job hier mach doch mal deinen Job hier Job hier Job hier ist das nur noch illegal achso warte mal ganz kurz ähm so mach mal ich mach mal schon hier ok 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 ja verstehe hm ein guter Rübser so schwupps da wups und so perfekt so aha sehr nice ach jetzt das ist ja illegal liet ich krieg ne Krise ich krieg ne Krise ich krieg ne Krise ach ich krieg ne Krise also mit der replacement tool ist schon einfacher aber optimal ist anders so so jetzt kommt hier das gleiche hin kopieren einfügen kopieren einfügen es war klar es 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 war einfach so fucking klar so der Reis ist fertig das freut mir aber ich hab grad mal einen Überschuss bekommen das freut mich jetzt nicht wieder nicht so sehr ne ist das eher wieder blöd so lass mich rauf auf mein Dach ach 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 komm jetzt doch ach komm jetzt aber gut ja ich hau dich ich hau dich ich ich schwör ich hau dich das mich das ist doch nicht euer Ernst so geht doch so kopier also hab ich ja schon lalalalalalalalalala lalalalalala lalalala lalalala so hier oben mach ich da wieder Slaps drauf ne kennt man ja man ist ja schon so einiges gewohnt auch nö auch nö auch nö ist aber gut ja eigentlich jetzt keine nach hier hier ich hab jetzt auch noch gar nicht geguckt ob das Holz jetzt von außen gesehen also so vom normal betrachten aus überhaupt ach scheiße überhaupt so gut aussieht wie ich mir das gedenkt hofft habe auch schon wieder alle ja ja klar so viele wie ich daneben gebastelt habe ok wundern dass ich schon wieder alle sind hier so jay so dann bauen wir erstmal die ab die hier zu viel sind ach Gott da komme ich nie im Leben ran oh wird ja wieder dunkel hier in Berlin ja stimmt halt ne die 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 Fenster fallen halt noch das fällt schon auf dass da das Licht langsam knapp wird ähm ach komm jetzt mach du ist nicht dein Ernst es ist nicht dein Ernst es ist nicht dein Ernst so ach hier kann man noch könnte sogar reichen dann aber so wie ich mein Glück kenne ist genau einer ok 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 es sind zwei zu wenig dann geht's ja wenn wenn es einer zu wenig gewesen wäre hätte ich angefangen zu schreien aber so ist das völlig normal so achso er geht mal weg hier wie es aus mit rekombinieren genau die zwei die bleiben jetzt über die lasse ich auch erstmal äh 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 yeah wow so so wobei die beiden können wir sogar noch gut gebrauchen wow so ach komm bist du denn dein Ernst hier scheiße äh 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 so jetzt weiß ich allerdings nicht wie ich das was ich vorhatte auch machen kann ne da brauche ich auch einen ganzen Block fällt mir sowieso Quatsch ein besser danke so sieht jetzt auch wieder gut aus geben wir mal her die Baumwolle das äh Ach scheiße, nein, ich falle jetzt gerade an meine Kisten ran, aber die, ich weiß nicht, doch, sieht gut aus, ähm, die stelle ich hier noch außen. Dich brauch ich. Direkt der nächste. Ha, es hat der perfekt gepasst, ja lol, ja lol. So, habe ich hier noch, ja, habe ich noch. Denn, wird hier, war hier, aber hatte ich nicht, kann ich noch irgendwas bekommen gehabt, irgendein Zappling von irgendwas, ne, oder nicht, donlich. So, ähm, Holzblock, ich brauche einen Holzblock, ich brauche genau genommen zwei. Das Problem ist, ich komme da nicht ran. Das ist ein bisschen deprimierend. Macht aber nichts, hier muss mal ein bisschen Erde. So, das sieht schon besser aus. Äh, sieht natürlich scheiße aus. Kann ich hier so machen? Natürlich nicht. Oh, ist das behindert, oder was? Warum ist der jetzt schon wieder, warum muss der jetzt schon wieder so quer sein? Von die Strukturierung her. Das ist doch Mist. Ach, ist doch kacke. Ach, ist doch scheiße. Ach, ist doch behindert. Kann, wenn ich jetzt so mache, ist immer noch alles. Das ist doch kacke. Was, ich kann die nicht kombinieren? So kann ich die nicht kombinieren. Hä? Ach, lacht mich doch. Bei meinen Clown geht es ja, dass wenn man zwei Slabs aufeinander packt, daraus dann so ein Doppelslap wird. Also quasi ein Block. Und da hätte ich jetzt gehofft, dass hier raus auch so ein Doppelslap wird. Also quasi ein Block, aber halt ein anderer Block als der normale Block. Und dass der dann vielleicht richtig rotiert ist. Äh, jetzt muss ich mir extra hier so Schraubendreher basteln. Das ist doch kacke. Brauche ich aber Stahl für, ne? Ach, fuck. Ich meine, wir haben einmal Stahl, ja? Aber es ist trotzdem, fuck. Egal, für die Wissenschaft. Ansonsten sieht es kacke aus, wenn wir das nicht machen. Von daher, scheiß was drauf. Wir haben eh nur einmal Eisen. Das heißt, was anderes draus können wir eh nicht machen. Von daher, fuck off. So, wir brauchen Stöcker. Können wir die Klappe jetzt hier? Außer, tschüss, weg. Tschüss. So, hier müssen wir eh wieder rauf. Eigentlich müssen wir nicht. Hier müssen wir rauf. Ach Gott. So. Jetzt kommst du. Und erzählst mir was von der Welt. Linksklick ist Ausrichtung. Rechtsklick ist Drehen um die Achse. Die Frage ist, was ist die Achse? Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Okay. Dann kann man leben. So. Jetzt kommen die Dinger hier nochmal. Und die kommen jetzt... Ja. Das passt. Okay. Dann bräuchte ich jetzt bloß noch mit dem Beplacement-Tool die Kacke kopieren. Wieso weiß ich mal erst mal hier das einfügen. Äh, da? Ja. Ach, was kriege ich auch so? Stein. Hey, wieso ist da einer mehr als da? Was? Ich habe doch perfekt gezielt. Aber doch nicht. Aber ich habe das perfekt gezielt. Das müsst ihr mir glauben. Ich würde doch nicht lügen. So, ja. Hier unten haben wir eine Reihe vergessen. Ha. Hier fehlt noch eine Reihe. Äh. Das ist natürlich ein bisschen traumatisierend. So, das heißt, wir müssen dich nochmal kopieren und dann einfügen, einfügen und dann hier nochmal eine Reihe lang gehen. Scheiße. Er hatte mein Leben. Och, jetzt hört uns ja genau dieser eine. Oh, ich spreche mich alle um. Ich spreche mich alle um. Ich spreche mich alle um. Alle. Es wird keine Zeugen geben. Ist das traurig. So. Äh, da. So. Ach, das ist ein... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Oh, fuck off. Oh, fuck off. Oh, fick die Henne. Mach die tot. Was? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Perfekt. Das Problem ist mit dem, mit dem... Ich verstehe, ich verstehe das Konzept mit dem um die Achse drehen und die Achse selber rotieren, das verstehe ich ja. Aber die Sache ist, du weißt, du weißt halt nicht bei den Blöcken, wo halt die Achse normalerweise ist und in welche Richtung denn du die Achse rotierst. Ne? Das ist halt die Sache. Von daher, wenn ich weiß, wie die Achse positioniert ist, dann komme ich damit auch relativ gut klar. Aber wenn ich halt mein Test schon ewig nicht mehr gespielt habe und nicht mehr weiß, wo die Achse jetzt genau da lang geht, dann ist das schwierig. Dann ist die Cent schwierig, ja? Weil halt normalerweise, wenn du halt ein Block hinstellst, also jetzt so hier, dann gehe ich halt davon aus, dass die Achse hier jetzt in Blickrichtung ist, ja? Das ist quasi die Achse, das heißt, es würde... Kann man so schlecht zeigen. Es würde so rotiert werden, ja? Weil hier quasi die Achse ist, die einmal durchgeht, nach unten gesehen, ne? Also hier in der Mitte fängt sie an und geht dann nach unten. Das ist quasi die Achse, ja? Und darum wird dann halt rotiert. Das ist dann quasi das Rotieren um die Achse und das Rotieren der Achse selbst, dass die Achse halt nicht mehr so geht, sondern halt quer geht oder von vorne nach hinten geht. Aber das muss man halt immer erstmal rausfinden, wie das genau ist. Und das ist ja nicht mehr so einfach. So. Weil vorhin, bei dem da drüben, da habe ich auch erst Links-Click gemacht. Aber da will ich richtig immer noch quer. Denn da haut es ja doch hin. Das ist ja bescheuert. Das ist ja Mindtest, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Ab morgen spiele ich Minecraft. Können wir ja alle mal hier. Ich fühle mich verarscht. Ich habe keinen Bock mehr. Nein! Jetzt raste ich aus. Der letzte. Einer zu wenig. Und wir kriegen natürlich gleich acht Stück. Oh mein Gott. Das ist ein Trauerspiel. Ich erinnere mich dir. Kein Bock mehr. Komm her! Bin sauer. So, das sieht doch schon mal gut aus. Dann können... Ach! Hier wird ja auch noch einer. Das heißt... Nein. Das heißt, wir können dann... Ach, komm her. Das heißt, wir können denn dann... Die Fenster müssen wir noch machen. So, machen wir alles weg hier. Machen wir alles weg hier. Machen wir weg hier. Gut, das hier machen wir noch schnell. Und dann machen wir voll in Pause. Oh, Alter. Das ist aber heftig hier. Alter. Das ist ja quasi Landwirtschaft zum Schmecken hier. Das ist ja... Holy crap. Das ist ja... Nein, das Das So, ja, würde ich mal sagen Schau mit V sieht man sich das nächste Mal wieder Und wenn nicht, dann halt nicht Keine Ahnung, da würde ich vielleicht vom LKW Überfahren Bis dann